Moin Moin, willkommen zurück zu einer neuen Runde. Heute gibt es den ersten Sieg im Third-Person-Modus, der gestern den Live-Die-Live-Modus abgelöst hat. Im Gegensatz zu den anderen Modi, die wir davor hatten, die ja immer noch so ein bisschen was Recyceltes waren aus den vergangenen Events und man kennt es schon, ist das jetzt mal wirklich eine geile Neuerung. Es dauert eine Weile, bis man sich irgendwie an das Neue gewöhnt hat. Und ich habe, glaube ich, ein paar Runden gebraucht, bevor ich das erste Magazin aus der Waffe nicht in irgendeiner Dachkante, über die ich drüber gucken wollte, reingeholzt habe. Aber sobald man sich da irgendwie ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und sich daran gewöhnt hat, ist es absolut genial. Es macht richtig viel Spaß für alle. Wie immer, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, versucht es so schnell wie möglich. Der Modus ist, glaube ich, nur noch bis morgen 19 Uhr verfügbar. Danach kommt der nächste Modus und den solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst ein Dislike da, wenn es euch nicht gefällt. Und viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Der heilt. Hier. Der hat keine Waffe. Da hat die den wirklich aufgehoben, die Alte. Gut, dass du aufgepasst hast. Reicht mir mal den Zucker. Reicht mir mal den Zucker, Mike. Reicht mir auch mal den Zucker. Ich bin mir mal nicht fritzig, damit wir irgendein bisschen voller werden. Ja, ich habe einen kleinen Gamer-Moment. Yeah. Ich finde das immer witzig. Am witzigsten finde ich das aber immer, wenn es mit einem fremden Squad ist, der irgendwie auf deinem Dach steht oder du stehst auf deren Dach. Ja, mit Gegnern würde ich es auch durchziehen. Ja, aber ich muss mir eine neue Rüstung und Muni holen. Ach, nicht gecheckt. Hier ist der Laufstabilisator. Stufe 1. Neuer Kirschspitzenreiter bestimmt. Und deswegen drehe ich jetzt nicht um. Augen auf den neuen Kirschspitzenreiter. Da, 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 da. Irgendwo. Der hat gerade gegrappelt. Ich stehe nicht darüber in die Boots. Sicher, in der Boots ist einer. Ich habe auf jeden Fall die Funken von dem Haken gesehen. Müsste irgendwo sein. Mal links rein. Ja. Und los geht's. Hier ist nichts. Da unten. Der Gypson. Den kriege ich aber nicht. Jetzt sind von hier gerade nichts. Au. Wer bist denn du, Alter? Gibraltas Blau. Nein, da kommt ein Lüftergriff auf uns. Ach, yo, Alter. Jetzt fällt er ja alle Geschütze auf. Mir doch, Blick A, da drin. Wieder raus. Da. Was hat der denn jetzt gedacht? Oh, 96 auf den Gibi. Nein. Wo ist denn der Tunnel? Da. Okay. Ja, ich warte hier. Oh, da kommt noch mehr. Bei mir sind Gegner. Da muss schnell gehen. Jetzt werden wir gefördert. Da krieg ich mir bei mir angekommen. Draußen hier. Da hast du in Noten gehüpft. Oh, cracked. TV-Mail, komm mal. Komm her! Scheiße, danke. Oh. Geht's. Geht's Portal. Oh, nice. stabile entkommen zu den kill muni geht auch in so flirren ok dieser marsch der welt schad schreit aus einer ist in dem haus in unserem ich brauche leichte munition 300 ich kann das geben ja ich steck dir in einer sind hier liegen 80 entweder das komplett neuer dreier scott oder das ist weiß der schwarze ich komme rein da ich den schnauzen hier vorne und auch trägt bei mir bei bitte 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 ich lieg draußen bei mir ist noch ne bang ist reingelaufen na 133 wo ist die hingerutscht ach dies gold nice 1 bis 2er Visiere hier eigentlich mega geil ganz einfach rum also macht ja gar keinen unterschied also vom sehen her ich mag den Modus wow na komm 24 Schildzählen Adolz und ruf es on fire ja von Nadia alter da hab ich nichts mehr ganzes Schuss kann ich rennen aber ich würde jeden Zweikampf da verlieren das macht keinen Sinn für mich ja komm so eine witzlose Waffe alter ja ich würde da oh da unten sind welche da unten ja komm rüber bei dem oben der schießt immer noch der Penner ja so eine Schildbatterie möchte ich noch gar nicht ja bin bereit um den zu healen bis der kommt ey geh mir nicht auf den Sack mit deinem Charge Rifle geschisst mon von hinten ja 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 hier die Sip oh dann treff ich jeden so gut noch rein aber auch rein aber auch rein sie könnten nicht mehr auf feind am Boden dann kommt welche hoch ich glaub der ist ins Portal gefallen da ist er wieder ja da ist er wieder rechte Seite ich hab hier hinten glaub ich einen ach Junge kann der sich mal verpissen schafft ihr das? hab ich ausgeschaltet ey man boah Junge geht der auf die Eier was ist das für ein Bastard Digga nicht mit mir alter einen böse getroffen wo ist der andere Squad ich brauch mal mehr Zellen ich hab nur sechs auf die Dings auf die Flatline kann ich auch ein bisschen mitholzen geht mir mega auf den Sack der Typ da so rechts da so rechts au au lade meine Schilder aus 69 auf den oben wow von hinten oh ja ich muss meine Schilder aufladen muss meine Schilder aufladen ich pass hinten auf dass sie nicht die Sibler nehmen wir hätten weißes Schilde eine von denen hinten die Gegner schießen auf mich die Gegner schießen auf mich lade meine Schilder aus lade Schilder aus Digga du bist nicht gut mit der Waffe man 51 ja wie schmeckt das alter Junge 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 ich guck weiter auf die anderen naja alles gut wir haben wir sind schon drin hier ist ein L-Star wir sind hier ganz 54 na hau ab alter die kommen die kommen die kommen die kommen haha Achtung da kommt ein Luftangriff oh kurz runter Jungs sie kommen Jungs sie kommen Jungs sie kommen ey alle jetzt auf einmal oder was 10 die die den der auf den auf diese Bei dir. Also über dir zumindest. 48 auf den Octane. Da respawned einfach irgendwer kacken dreist, ok? Verpisst euch, lass nach oben aufs Dach, Mike. Komm, komm, komm. Mike, bist du da? Ja, ich bin neben dir. Wem schießen die denn? Die kämpfen. Sie leben immer nur drei Squats. Einer hatte Gold, ey. Die ist weg, die Goldene. Einer unter uns? Da! Die stimmt gerade das zweite Mal von mir. In der Zone? Ja. Hier unten irgendwo. Ja, aber pass mal hinten. Ganz unten, ganz unten. Der Platz hat noch 8. Das war dein Schatten, ok. Lass mal lieber hier hinten. Noch ein bisschen. Kommt der nach ganz oben, das wär geil. Kannst du mir kurz Deckung geben? Ich brauch Schild. Da, jetzt. Aber der ist rechts unten. 35. Ist ein unter uns. Ich lade nur schnell meine Schilder auf. Glaube ich. Soll ich ne, äh, Dingens zum, zur Zone machen? In der Portal? Ja. Wenn dann jetzt. Der ist runter gesprungen. Komplett. Eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Wir kämpfen hier irgendwo. Ja komm mal noch mal kurz zurück. Wir kämpfen hier irgendwo. Wir sind hier ganz unten. Boah, die wieder, die reviven. Ja komm. Nice, Mike. Nice. Stabil. Boah, das war jetzt Risiko, ey, aber. Stabil. Wir sind in einer Gefahrenzone. Nice. Schließend hast du? Ach so. Hätten mehr sein können am Ende. Boah, ich glaub ich hab 5. Boah, der hat auch 6 geliefert. Wird aber gut gejoinkt. 2. 4.